vorsicht und jetzt so damit herzlich willkommen zu let's play uncharted 2 die zwei kommen mit kapitel 7 22 ja das hat aber nicht gespürt jetzt auch tot einfach weiter so kurz war eben noch nie einsammeln auch hier eine explosion ist gewesen aber egal weiter geht es weiter 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 doch sehr schön die man natürlich alle ist hier mit schön dass ihr eingeschaltet habt gegen meine ankündigung dass wenn momentan er nicht so ist jetzt tatsächlich doch weiter mit rennes exige ich hab schon gemerkt an der gestrigen folge dass es wieder weiter geht nur die anmerkung dazu also ich meine ich immer alles ernst was ich so sage die jetzt ich habe mir dafür ein bisschen was angehört aber wie gesagt alles ist gut also anschaut hat jetzt erstmal für den nächsten zumindest in die nächste woche auf dem 10 uhr slot und danach gesagt auf den 20 kurs wieder bei dann wenn man nämlich außerhalb ab ab oder sonntag glaube ich vielleicht richtig im kopf habe aber ich bin mir gerade nicht sicher ich weiß nicht weil die folge noch nicht hochgeladen sind oder gefahren sind naja machen wir es mal weiter mit anschaltet wie kommen wir darüber da hinten ist eine leiter darf mich raten ich darf wieder klettert und wir machen ja das wäre schon mal die halbe miete so wahrscheinlich müssen wir jetzt auf das auto und dann darüber klettern also ich und jetzt muss man überlegen wie ich weiter mache ich kann ja versuchen das komme ich an das rohr an ich komme ich habe ja weniger oder die idee wäre jetzt aber was mit dem auto hat zu tun helfen sie die leiter auf okay dann machen wir das doch mal glatt die idee ist ja mal dann gehen wir hier rüber die klöschchen kommt immer mit mir dann helfen wir mit einer rüber leiter also mit elena hätte ich jetzt mal gar nicht gerechnet auch mit sally vorher eigentlich schon gar nicht aber so stehen kann sich das ändern auch in anschaut jetzt plötzlich wir sind übrigens auf deutsch heißt das spiel übrigens unter dieben sich in den englischen titel auch in der video beschreibung in der links beschreibung ja genau in dem video namen so muss ich kann überlegen wie ich weiterkomme und das zweite auto kriege ich das da hat das irgendwas damit zu tun wir müssen ja da irgendwo hoch ich bin doch gerade ein bisschen überfragt doch es könnte sein dass das sein muss ja ich darüber gehe ich darüber ja nicht oder das muss man nicht machen wie kommen wir darüber da hinten ist eine leiter ja das wäre schon mal die halbe miete ja wir müssen überlegen was wir machen ach warte mal die idee wäre ich habe eine idee ich habe eigentlich ich habe sogar eine idee gerade das war jetzt beabsichtigt natürlich so genau der plan ist wie man das hin wir haben ja eigentlich genug das zweite auto was da unten steht das war eigentlich noch nicht mal beabsichtigt aber er zieht hat sich mit dem dinger nicht das war tatsächlich sogar der plan dahinter gar nicht schlechter ja was habe ich ja später gemerkt dass ich das zweite auto gesehen hat ob wir warum spielst du nicht die die dinger leihen das ist ja auch gesagt von wegen das ist die zweite miete TL so ja 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 wow 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 was ist da oben ich habe keine kanaten das ist ein problem schön ich habe eine idee vielleicht kann ich da aua ich weiß ja jetzt jawohl der ist weg sehr schön also hat man doch mal ein kleiner planer ein bisschen geholfen haben natürlich jetzt erst mal ich schieße jetzt mit dem typ hier säcke mit den eigenen waffen geschlagen so jetzt ist es weitermachen ich wollte ich in ruhe ist ein bisschen muni haben wir denn da oben noch so noch ein gegner tatsächlich jetzt ja jetzt nicht mehr ist das bei dem immer so ziemlich wie sie beide gleichzeitig antworten so jetzt gibt es wahrscheinlich die regenrinne hier hoch aber anschaut dass manchmal siehst du die ist die wege offensichtlich manchmal ja sie nicht aber meistens sind sie sehr offensichtlich seht ihr was da oben kommt hier lang da kommt das war dann aber wir müssen wahrscheinlich darüber jetzt irgendwo hier müssen wir lang genau an dem widerstandskämpfer ich so langsam mit panzer scheiße einen fordung habe ich tatsächlich alle alle vier ok alle habe ich das richtig gerade gesehen das ist ein scheiß panzer unterwegs ist ich habe so eine blöde vorhanden dass wir den auf jeden fall auch noch hier sollten wir sicher sein das ist nicht zu laut in ein schadet ist nicht immer alles sicher ich vermute mal wir sind hier nicht rein zufällig gelandet nein nicht direkt vielen dank hinter was bist du denn eigentlich her siehst du das symbol da das ist der chintamani stein ein riesiger rosa vier ist millionen wert sehe ich das richtig du wette eifers also mit einem kriegsverbrecher um einen mythischen edelstein wenn du das so sagst klingt es allerdings ziemlich bescheuert wer hat dich denn gefragt jeff und der soll in diesem tempel sein naja der stein selbst ist nicht hier ist in shambhala shambhala ja weißt du shangrila kommst du mal bitte her schätzchen vielleicht wäre es besser wir würden diese unterhaltung drinnen fortsetzen ja kommt okay gut hier sind wir erst mal sicher das ergibt keinen sinn lasarewitsch kann wohl kaum auf geld aus sein er braucht keins du übersiehst was komm schon wir sind nicht zum spaß hier ihr zwei bleibt hier gut bitte bleibt wo ihr seid wir sind gleich wieder da wer es glaubt na das ist schon besser und das ist dann auch der titel für die nächste folge Kapitel 8 wäre das dann wir sehen uns wieder morgen um 10 bei Uncharted 2 unter Dieben oder auf Englisch immer tschüss 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 tschüss